Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Spielmodus, der sich Infections nennt. Dieser Spielmodus wird auf den Cubecraft-Servern gespielt und wir joinen sofort mal in den Runde rein. Bis gleich! So, hier können wir einfach die ganzen Kits auswählen. Man hat sofort ein Kit, also man kann auf jeden Fall alles nehmen. Ich nehme hier die Iron Sword Stone Equipment. Ich nehme dann den Zombie, der hat Iron Sword und Stone Equipment. Und wir nehmen beim Human Kit Selection, nehmen wir den Miner. So Leute, jetzt sind wir hier. Wir sind Humans, wie es aussieht. Es gibt drei Infected und jetzt müssen wir so schnell wie möglich alles zerstören. Ähm, nicht zerstören, sondern wir müssen jetzt farmen. Ähm, wir können diese Iron Chats rightklicken, da kriegt man Sachen raus. Kann da bitte was kommen? Danke, Brot. Und da ist auch was in der Hose schon mal. Wir können die ganzen Sachen jetzt abbauen, dadurch, dass wir eine eigene Spitzsacke haben. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und hier kann wir nicht... Can breaks below your team? Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann gehen wir sofort mal in die Mine. Zum Glück habe ich mich jetzt gerade gesaved. Die Kohle brauchen wir eigentlich gar nicht. Denn die Kohle ist eigentlich nur nervig. Ich sollte eigentlich lieber Diamanten nehmen. Äh, hier haben wir noch ein bisschen Lapis. Nehme ich nochmal kurz mit. Und da hinten ist ein... Mein Teammate. Äh, hier ist da gar nichts. Was ein bisschen problematisch ist. Kann hier irgendwo Diamanten... Ja, da sind zwei Diamanten. Schon mal ganz gut. Ich habe aber... Wir könnten uns schon mal ein Iron Chestplate holen. Ich habe halt keine... Äh, kein Holz. Was ein bisschen problematisch ist. Das hole ich mir mal hier. Äh, Holz. So. Bam. Bam. Und jetzt haben wir hier ein Diamantschwert. Das ist schon mal ein gutes Equipment auf jeden Fall. Da ist ein Spin... Da ist eine Spinne. Komm. Weil... Nur weil du Speedboost hast, oder wie? So, wir haben den schon mal. Nehme ich das nochmal mit. Ich glaube, Goldäpfel können wir nicht bauen, weil wir keine Äpfel haben. Aber ich würde gerne das ganze Eisen mitnehmen. Äh, für die ganzen Rüstungen. Weil hier ist so viel Eisen. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist auch noch ein Deer. Äh, okay. Eisen haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. Also, es ist bisher noch keiner von den gegnerischen Teams in der Nähe. Das ist schon mal ganz gut. Ich hole mir eine Eisenhose und das da da. So, dann bin ich schon mal sehr gut Equipment. Die sollten uns eigentlich... Eigentlich sollten sie mich nicht so schnell down bekommen. Ich habe die einer der besten Rüstungen. Ähm. Die beste Rüstung wäre halt schon Dia. Aber Dia ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. Gibt es noch irgendetwas? Sorry, dass es ein paar kurze Lags gibt. Ich spiele mit 1.12 und habe es nicht optimiert. Mit Optifine und so weiter und so fort. Hier hinten ist jemand. Mann, komm. Doch. Hallo. Hä, wo ist das hin? Geil, die coole Sachen wären zu Diamanten. Geil, die coole Sachen wären zu Diamanten. Das ist so richtig nice. Das sind halt schon richtig geil. Diamanten... Muss man schon sagen, die sind schon nice. Wir können schon mal eine Diamant-Rüst-Panzer craften. Kann hier bitte noch einer werden? Nicht die coole abbauen. Die coole abbauen wäre jetzt das Schlimmste, was du tun könntest. Ich glaube, der tut es gerade. Ich habe halt kein Essen. Das ist so problematisch. Die ganzen Diamanten. Das ist so nice. Wir haben jetzt schon wieder vier Diamanten. Ja, geil. Ich kann ihn nicht schlagen. Der nächste ist tot. Der hat 31 Leben. Wieso hat er so viel Leben? Der nächste habe ich down. Alter. Ich habe halt schon richtig geiles E-Kipp. Muss man schon sagen. Die sind halt schon okay. Aber der killt dich gerade. Das ist nicht fair. Nein. Das machst du jetzt gerade nicht. Die Goldschuss öffne ich mal. Humans have been revived. We have been revived. Weißt du... Ich glaube, die sind wieder wiedergelebt worden, oder wie? Bin mir gerade nicht sicher. Oh mein Gott, sind die stark. Ich brauche... Bessere Rüstung. Ich habe nicht genug Diamanten. Ich habe kein Essen. Das wird mein Ende sein, oder? Ich kann ihn nicht treffen. Ja, ich habe gewonnen. GG. GG. Ich habe gewonnen. Leute, erster Runde und sofort gewonnen. Nice. So, Leute. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es ist dir gefallen. Wenn er das so gerne einen Daumen nach oben darf, vergesst nicht zu abonnieren. Die Logs aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis später, Leute. Ciao.